Einmal anschließen, ob sie hoch fährt. Wo ist denn das Kabel jetzt da? Komm rum. Einmal Rückgabe. Funktioniert. Piept aber nur einmal. Startet. Sieht man ja, weil die Lampe aus Playstation-Zeichen kommt auf jeden Fall. Gucken wir mal. Hochgefahren ist er. Einmal Kontrollen. Einmal verbinden. Oh, beim ersten Mal. So, gucken wir mal, ob eine CD reingeht. Einmal zurück, bitte. Nein, keine CD Annahme. Schade. Gut, das heißt, wir müssen mal nachgucken, was mit dem Laufwerk los ist. Einmal PS und einmal ausschalten. Kein Ruhemodus. Ausschalten. So, einmal weg. Hallo zusammen. Heute eine PS5 CFI, habe ich gerade noch gesagt 1216a. Ich mache ja immer ein Vorab-Video. Dann teste ich die. Startet. Bild kommt. Hier ist das Laufwerk. Wenn man drückt, piepste und die Konsole startet. als wenn eine CD drinne wäre und laut Beschreibung zeigt eine CD an, aber ist keine drin. Wir gucken das jetzt mal nach. Also, Deckel alle weg. Relativ sauber, was ich hier so erkennen kann, sieht schon mal gut aus. Deckel einmal auf das Original-Päckchen. Drehung. Siegel wurde entfernt, sieht man. Hier fehlt eine Schraube, sieht man. Nach den Sicherungen, ob die heile sind, kann ich ja von hier erkennen. Und das muss ich die Kamera mal eben ausmachen. So, weil das ist so ein Kackehalter, den ich hier habe. Echt Wahnsinn, das Mist. Und da zahlt man noch Geld für. Ist ja das Schlimme. So, gucken wir mal, die heile sind oder nicht, wenn ich dort beikomme. Sicherungen sind heile. Definitiv. Definitiv. Tun wir mal Strom drauf geben. Gut. Dann gucken wir mal. 12 Volt sind da. Weil die 5 Volt nicht. Jetzt sind die 5 Volt da, gut. 12 Volt. 12 Volt. 12 Volt. Gut, dann gucken wir uns das Laufwerk an. Dann schalten wir das Gerät jetzt wieder aus und gucken mal ins Laufwerk hinein, was da passiert ist. Irgendwas muss ja passiert sein. So einmal weg. So, einmal ausschalten. Die Zettel weg. Die Schraube auch erstmal. Ist aus. Strom weg. Laufwerk. Ich weiß nicht, ob es schon geöffnet wurde. Kann man so schlecht erkennen. So, komm her. Einmal das Gerät weg. So, dann tue ich jetzt hier einmal die Schrauben alle öffnen und dann gucken wir mal rein ins Laufwerk. Hier nochmal eben gucken. Auf jeden Fall ziemlich staubig. Das kann ich schon mal erkennen. Ziemlich staubig. Machen wir mal eben ein bisschen sauber hier drin. Na, da hängt noch reichlich staub. Hier. So, dann einmal Laufwerk öffnen. Platine einmal weg. ihre Laufwerk öffnen. Vielen Dank. Es arbeitet alles vollkommen normal. Endschalter sind heile. 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 Gut. Endschalter sind heile. 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 Vielen Dank. 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 Mal gucken. Wir mal, ob wir hier irgendwo einen Spot erkennen können. wo ich gemessen hat. einmal hier rüber, einmal raus, schrauben da rüber, einmal raus, einmal raus, einmal raus und Stromversorgung Einzugsmotor auch raus. So, dann hole ich mir jetzt meine Unterlage, Handtuch alles einmal weg und ja, das tue ich hier drauflegen. Dann reparieren wir einmal die Platine. Gut, bis gleich. So, dann wollen wir mal den Cap tauschen gegen einen Hallen. Ich tue hier den Connector mal schütteln, wollte ich jetzt sagen. Schützen, falls ich mit Pistole hin muss. Komm her, dass da nichts passiert. Gut, haben wir sonst noch irgendwo Plastik? Nein, habe ich nicht. So, tue ich darüber noch ein Stück. Einmal Müll. Aber sollte eigentlich so gehen. Einmal weg. So, dann brauchen wir Flussmittel und Sag mal schnell, Lot. So, Flussmittel drauf. Das tue ich da mal eben kurz vorlöten bei dem. Lötkolben. Ich muss hier mit dem Connector aufpassen, der noch vor der Spitze ist hier. Gut. So, einmal säubern. Aber ich tue hier unten trotzdem auch was hinkleben. Besser ist das. Komm her. Alter, geh doch offen. So, komm her. Müll. Zack. Ich habe hier unten noch einen Connector. Aber ich mache das jetzt mit Heißluftpistole eben. Das habe ich so auch noch nicht gehabt, dass das da kaputt geht. Reiniger. Man weiß ja nie, was vorher passiert ist, ne? Schön säubern. Gut. Hier bleibt mal da hängen. Genau. So, dann Pistole einmal. Hohle ich mir. Bis gleich. Gut. Einmal an. Dann gucken wir mal, ob wir ihn runter bekommen. Dann gucken wir mal. Einmal. So, dann brauche ich jetzt ein Spenderteil. Das hole ich mir von einem anderen Driveboard. Bis gleich. So, dann brauchen wir wieder Flussmittel. Das Bauteil habe ich jetzt gemessen. Das hat 5,4 UF. gut. Können da in der Liste nachgucken. Äh, Flussmittel. Moment. Gut. So, äh, Pistole wieder. Schieben wir den mal da hin, in den Lumpen. So, dann machen wir über. So, dann machen wir den Lumpen. So, dann machen wir dann wieder... So, dann machen wir den Lumpen. hat sich schon reingezogen, so wie es aussieht, gucken wir mal, ist er fest, ja, so, dann einmal säubern, die ganze Gerätschaft, die Zette auch immer, ist ja Flussmittel dran, so, tun wir es reinigen, so, Folie können wir auch direkt abziehen, einmal weg, andere Seite auch, weil hier sind ja auch Konnektoren, so, tun wir das auch mal eben säubern, tun wir noch mal messen, dann sollte der Funktion normalerweise nichts mehr im Wege stehen, aber wie sowas kaputt gehen kann, kann ich euch leider auch nicht beantworten, so, Schwämmchen noch mal, so, gehen wir noch mal her, andere Seite natürlich auch, das müsste eine 5 Volt und 3,3 Volt Line sein, glaube ich, so, einmal weg, den Spaß auch erledigt, so, dann würde ich sagen, messen wir noch mal, ob der Kurzschluss weg ist, so, er ist weg, ich glaube, das ist die 5 Volt Line und das hier auch 5 Volt, hier oben und hier müsste dann 3 Volt rauskommen, die Werte passen, kein Kurzschluss mehr, genau, Piep ist normal und hier kein Piep mehr, hoffen, dass er heile geblieben ist, gut, dann würde ich sagen, bauen wir mal ein, testen mal, was passieren möge, würde ich sagen, bis gleich, so, Laufwerk an die Sonne wieder, würde ich sagen, so rum, jetzt gehe ich aber mal eben Pillern auf die Toilette, so, Controller, ein Spiel, einmal einstecken, Stromkabel, einmal rein, so, Power, Rückgabe, geht nicht, selber schon, äh, sollte man auch reinstecken, einmal da, so, gut, dann Rückgabe, funktioniert, 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 ich habe das Laufwerk gehört, hat es leicht gemacht, gut, warten wir mal ab, bis das Bild kommt, Playstation Zeichen kommt, da die direkt ins Menü fährt, äh, fährt, fährt, äh, muss ich jetzt mal eben gucken, dass ich mich hier irgendwie als Gast anmelde, so, PS Taste, Power Option, da komme ich nicht hin, lieferbar, was, ach, da ist, Benutzer wechseln, so, neuen Benutzer hinzufügen, schnelles Spiel, wenn das Laufwerk funktioniert, dann gucken wir mal, so, dort rein, Yeah! Yeah! Ja! Bist du auf einenavatzen? Läuft an, yeah! Alles richtig gemacht, einmal X hier, ja gut, jetzt installiert sein, warten wir mal, bis er durch ist, und dann gaming wir eine Runde. Gut, einmal weiter weiter. Gucken ob Ton da ist. Ist da. Ton wieder raus. Brauche ich nicht. Dann warten wir mal. Gut, Dreieck. Links, rechts geht. Jumpen auch. Wie das Bauteil kaputt gegangen ist, kann ich auch nicht beantworten. Vielleicht hat derjenige versucht zu reinigen. Noch Strom drin. Also Stromkabel. Dadurch ein Kurzschluss. Ich weiß es nicht. Oder Flachbandkabel beim Zusammenbau nach dem Reinigen. Vielleicht schief drin gewesen. Dadurch Kurzschluss. Ich kann es nicht beantworten. Keine Ahnung. Diese Version hatte ich noch nicht. Aber man sagt ja immer bekanntlich. Do it by learning. Die Fünfer, die haben die unmöglichsten Fehler manchmal. Gut, scheint zu funktionieren. Gucke ich mal eben ob der Lüfter dreht. Ja. Gut, Deckel wieder drauf. So, dann werden wir das jetzt bei hinten hier. Und CDU-Gabe. Wo ist er. Kommt raus. Gucken. Fährt rein. Gut, alles richtig gemacht. Ja, so ein kleines Bauteil. Eine ganz große Ursache mit Wirkung. So, ach, diese Kaktur. Fahren wir das Gerät herunter. Ausschalten. Dann kann sich derjenige über eine reparierte wieder freuen. Und nächstes Mal vorsichtig sein. Und abfotografieren, wo die Schrauben hinkommen. Lass mir Abo, Like da. Danke, danke, danke. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.